Und nun verehrte Zuschauer, zwei Stars des französischen Kinos in dem Spielfilm Das Geheimnis der falschen Braut. Jean-Paul Belmondo und Catherine Deneuve spielen die Hauptrollen in diesem Thriller, der auf einer tropischen Insel im Indischen Ozean beginnt und nach vielen überraschenden Wendungen in die Schweizer Berge führt. Der Regisseur François Truffaut errang mit diesem Film 1969 einen seiner größten Kinoerfolge.